und herzlich willkommen zurück zu einem kleinen informations video hier auf meinem kanal ja heute halt ein info video wie schon gesagt da ich ein paar sachen anzusprechen habe unter anderem gibt es jetzt mehrere twitter fanpages für mich wofür ich mich auch mal recht herzlich stadtmüchtern und die leistung und wahrscheinlich werden wir jetzt auch irgendwo noch die ganzen sachen eingeblendet sein des weiteren suche ich ein intro designer da ist im entzug die kaum noch zeit ab und und wollte gerne haben möchte wohl und des weiteren besuch für ich noch einen seiner für kanal designs da ist halt wie schon mal angesprochen habe wenig zeit hat leider was auch naja wie man es auch auf youtube wahrscheinlich merken wird ja als nächstes wollte ich noch ansprechen dass wir gerade im development einer app sind wo ich noch nicht sagen kann wann hier raus kommt aber ich bin gerade halt im development vorerst zwar nur für android aber das hat es gar nichts und ja wir haben ein forum erstellt das wird wahrscheinlich auch hier eingeblendet sein da könnt ihr euch ja mal registrieren da werde ich jetzt auch wieder ein bisschen aktiver weil ich leicht inaktiv war und weil ich nicht selber gemacht habe wozu wir jetzt auch kommen werden denn ich habe jetzt ja einen mannkopf selber seit dem 24.12 und ja da würde ich mal darauf ansprechen ihr könnt ja mal drauf kommen denn wir haben jetzt schon master builders 101 und so weiter könnt ja mal vorbeischauen ist aber auch größtenteils natürlich für die bilds ja desweiteren haben wir ein Team-SWiX-Server wo ihr auch gerne drauf sollen können ist vorerst nur 10 Slots aber sollte erstmal reichen wenn es zu wenig ist kaufe ich mehr beziehungsweise erweitern die Slots einfach nun werden auch mehr Totals folgen und sehr wahrscheinlich auch ein paar wie es vom Mobile Device für den gerade noch angesprochenen Server suche ich noch ein paar Moderatoren, Supporter, Bilder und so weiter ein Link zum Bewerbungsformular ist in der Videobeschreibung und ja demnächst knacken wir die 200 Abos da wird es auch nochmal ein schönes Spezial geben aber weitere Infos werden dann halt kommen wenn ich sie geknackt habe und wie ich sagen war es von diesem Video bis zum nächsten Mal und ciao aus 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017